Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO-Podcast. Heute geht es erstmal um die Frage, sind Kills eigentlich alle gleich viel wert oder gibt es auch weniger wertvolle Kills? Und darum, wie man sich verhält, erstens als Team, wenn man einen Bottom- und einen Top-Fragger hat, also mit krassem Unterschied, und oder wie man sich als Bottom- oder Top-Fragger verhalten sollte, also wenn man in dieser Lage ist. Zuallererst müssen wir natürlich besprechen, ob es unterschiedlich wertvolle Kills gibt in Counter-Strike. Ich denke, da müssen wir nicht großartig nachdenken, natürlich gibt es diese unterschiedlichen Kills. Es gibt Kills, die so gut wie gar nichts wert sind. Ich habe es schon mal in einem Video angesprochen, solche Kills, wo dann der angebliche Top-Fragger mal wieder jemanden genutzt hat und man theoretisch so da sitzen könnte. Ja, super gemacht, du verschissener Vollidiot, so ungefähr. Solche Kills gibt es, aber es gibt auch die Kills, wo man aus dem Stuhl springt vor Freude, also wenn es zum Beispiel einem Mate gelungen ist, einen krassen Klatsch zu machen, dann springt man auf, denkt sich, wow, du Wahnsinnskerl. Und diesen Unterschied sollte man spüren, erkennen, wissen. Ihr habt das sicherlich schon in meinen Videos oder auch den Livestreams gemerkt, dass ich sehr, sehr oft meine Kills kommentiere. Oft negativ, so von wegen, ach shit, man, da habe ich aber Glück gehabt oder das hätte mir gar nicht gelingen dürfen oder Gott, was habe ich da getrieben, den habe ich gerade so bekommen, was ist hier los, Mann, bin ich schlecht und bla bla bla. Natürlich gibt es auch Kills, wo ich sage, oh, 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 den habe ich weggepimmelt. Diese Kommentare von mir beziehen sich dann meistens nicht auf die Situation, in der ich ihn kille, sondern einfach nur auf die Art, wie ich es mache, also dass ich wirklich brutal schlecht aime und ihn trotzdem noch geholt habe, wow, eigentlich ein unfairer Kill, beziehungsweise er hätte es verdient, mich zu töten, so schlecht, wie ich gespielt habe. Wobei diese Abwägung in den Kills eine persönliche ist. Diesen richtigen Wert bekommen die Kills durch den Kontext, durch das, was im Spiel gerade passiert. Wann und in welcher Situation wurde der Kill gemacht? Das sind so die beiden Hauptparameter für die Güte eines Kills. Dazu folgen dann gleich ein paar Fallbeispiele. Nun eine kurze Definition von Top-Fragger und Bottom-Fragger. Im Namen steht ja Fragger, also Töter. Man könnte also meinen, es ist nur auf die Kills bezogen, aber gerade in CSGO ist es so, dass es zum Glück nicht nur auf die Kills bezogen ist, vor allem schon alleine mit diesem Vorwissen, das wir jetzt haben, dass Kills nicht grundsätzlich gleich viel wert sind. CSGO behandelt Kills zwar gleich wertvoll, man bekommt x Punkte dafür, aber Kills sind nicht alles und es gibt andere Aktionen, die genauso wichtig sein können. Und darum heißt in meinen Beispielen, Top-Fragger auch nicht immer die meisten Kills zu besitzen, sondern einfach ganz oben zu stehen. Also, dass wir da jetzt nicht aneinander vorbeilabern. Mit Top-Fragger meine ich einfach den, der ganz oben steht. Ich weiß, das ist eigentlich eine blöde Bezeichnung und ich sollte eher sowas wie Top-Scorer sagen, aber ich bin mir sicher, dass mir Top-Fragger rausrutschen wird. Von daher, damit ihr wisst, was ich meine, Bottom-Fragger ist dann das Pendant dazu, derjenige, der ganz unten steht und höchstwahrscheinlich nicht allzu viele Kills hat. Also meistens gibt es ja schon eine Relation zwischen Kills und Top-Fragger, beziehungsweise keine Kills und Bottom-Fragger. Also, erstes Beispiel, ihr seid Top-Fragger. Wie verhaltet ihr euch? Natürlich nicht so, als wäre der krasse Überbau, sondern einfach, ihr steht jetzt halt ganz oben auf dem Scoreboard und es läuft. Ihr habt also in den vergangenen Runden ganz gut gespielt, habt Skill gezeigt, habt auch einiges an Glück vielleicht gehabt oder eben das Pech der Gegner ausnutzen können und so weiter und so fort. Es ist natürlich klar, dass man darauf nicht großartig was geben sollte, vor allem als derjenige, der ganz oben steht. Man ist dadurch nicht besonders, man hat keine Rechte, jetzt die anderen irgendwie einzuweisen von wegen, du musst das machen und das, ich bin ganz oben, ich weiß, wie der Hase läuft und so weiter und so fort. Sondern man sollte maximal stolz sein auf sich, weil man halt ganz oben steht. Aber da es auch nur ein Spiel ist und man mal oben, mal in der Mitte, mal unten steht, würde ich sagen, naja, das ist jetzt nicht so ultra besonders. Das Gleiche, beziehungsweise im umgedrehten Sinne, gilt für den Bottom-Fragger. Wenn ihr Bottom-Fragger seid, dann gebt da nichts drauf. Macht einfach weiter, überlegt gar nicht großartig. Denkt vor allem nicht an die vergangenen Runden, sondern seid immer aktiv in der aktuellen Runde. Schaut, dass ihr diese Runde zu der Runde macht, in der es läuft. Es gibt bei jedem Spiel jemanden, der ganz unten steht. Das ist einfach grundsätzlich so. Klar, natürlich, es geht ja auch gar nicht anders. Es muss immer jemanden geben, der oben steht und einer, der unten steht und dann in der Mitte wird aufgefüllt mit dem Rest. Jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder hat mal einen guten Tag. Wie verhält man sich jetzt als Team? Und hier kommen jetzt gleich die Beispiele für diese Kills. Fangt bloß nicht an, den Bottom-Fragger irgendwie vollzulabern mit irgendeinem Scheiß. Es gibt Leute, die glauben, dass der Bottom-Fragger nicht weiß, dass er gerade kein so ein gutes Momentum hat zum Beispiel. Es gibt echt Leute, die denken sich in ihrem kleinen Spatzenhirn, ich glaube, ich muss ihm das mal sagen, dass er gerade schlecht ist. Vielleicht wird er dann besser. Und das ist nicht gut. Das ist kein wohlüberlegter Gedanke. Jeder Bottom-Fragger weiß, dass es bei ihm nicht läuft. Es ist ein unangenehmes Gefühl. Man versucht jede Runde besser zu werden oder irgendwas zu reißen. Ja, ich kenne das auch. Ich habe ein Spiel mal gehabt, da hatte ich bis zur vorletzten Runde keinen Kill. Keinen verschissenen Kill. Ich habe das damals mit Mace gespielt. Das hat mir keiner übel genommen. Aber ein paar haben mal schon gesagt, komm, die Runde läuft, die Runde läuft's. Und selbst sowas ist auch nicht allzu gut. Es gibt einem noch mehr Druck, noch deutlich mehr Druck. Weil man ja denkt, shit, natürlich hat der Mate recht, ich muss gucken, dass es jetzt läuft. Oder ich sollte gucken, dass es jetzt läuft. Aber was ist, wenn es nicht läuft? Was denkt dieser Mate von mir dann, der gerade noch gesagt hat, ich bin mir sicher, gleich läuft's bei dir. Ich denke, ich muss gar nicht großartig ausführen, dass es natürlich das absolute No-Go ist, noch negativer zu werden. Also ihn zu beschimpfen, anzuschießen, ihm keine Waffen zu droppen, wenn man eine droppen könnte und so weiter und so fort. Seid also kein räudiger Bastard und schmeißt euch auf den Letzten oder einfach auf die, die unter euch sind und meint, die werden irgendwie schlechter. Nur weil ihr jetzt gerade einfach ein Lucky Game habt, beziehungsweise die Boys oder Girls halt gerade Pech haben. So, und wie geht man mit einem Topfrager um? Das ist gar nicht mal so einfach, denn je nachdem, wie sich dieser Topfrager verhält, ist er ein Bastard oder nicht. Oft sind Topfrager einfach ruhig, pimmeln vor sich hin, carryen das Team ordentlich und alles ist gut. Aber es gibt eben einfach Momente, in denen das nicht so ist und die Leute richtig abfacken. Und dann fängt man an zu überlegen und zu sehen, zu begutachten, wenn man tot ist, wie der so spielt, was er so macht. Und dann könnte die Wut in einem aufkochen, weil man sieht, dass derjenige einfach wertlose Kills macht und dadurch dann über einem steht. Dabei ist er eigentlich viel, viel schlechter. Topfrager meinen, sie werden gut aufgrund ihrer Kills. Dabei haben die Kills nicht diese Aussage über ihren Skill, wie sie meinen, dass sie es hätten. Hier ein kleines Beispiel. Euer Team verliert die ganze Zeit. Ihr habt jetzt schon fünf Runden am Stück verloren. In der sechsten Runde, ihr wisst, das Gegnerteam hat wahrscheinlich jeder jeweils 16.000 Dollar. Alle haben AWP, M4 und einen Atombombenwerfer auf dem Rücken und denen geht's gut. Und ihr habt aber eine gute Idee und wollt irgendeinen Crab Force machen und wo drauf rushen, wo ihr wisst, hey, das hat schon oft geklappt in solchen Situationen. Das könnte funktionieren. Es wird also so ein Crab Force angesagt, die Taktik wird durchgegeben, die Leute sagen, alles klar, machen wir. Bis auf einer. Der Topfrager zum Beispiel, der antwortet irgendwie gar nicht. Und er macht halt nur so, meh. Ihr rennt los, zum Beispiel jetzt auf Cable und geht voll in Drop rein, springt runter, holt direkt den Kill, rennt dann Richtung A, das war so die Ansage, und versucht auf den Bombenplan zu gehen. Auf A werdet ihr aber stark dezimiert und dann kommt plötzlich noch von hinten jemand durch Connector und pimmelt euch weg. So, vier Leute sterben und man guckt, wo ist der fünfte, was, wo, wo, wo war der? Der steht noch in Armory drin, der Topfrager, und schleicht da oben her, wie so ein räudiges Stück Scheiße. Dann stellt er sich in Drop hoch und killt einen, der verschiebt. Dann schleicht er wieder rum, geht auf Mitte, holt da einen weg, der auf Mitte stand halt. Dann schmeißt er noch eine Nate in A-Long rein, weil er da einen Steppen hört, also unten von Mitte hoch, durch diese Treppe. Und der ist halt Low HP, den hat man auch angesagt, weil man eben auf A ja nicht untätig war. Man hat zwei Leute auf Low HP geschossen zum Beispiel, und den holt er eben auch weg. Und dann bekommt er einen Headshot von was weiß ich wo. Dann hat dieser verschissene Bock diese Taktik boykottiert, sich drei wertlose Kills gesnackt. Denn die Gegner, die CTs in dem Fall, haben immer noch ein Arsch voll Geld. Haben jetzt halt ein bisschen weniger. Man selbst hat den Loose eingefahren, und diese verschissene Kacknase hat sich drei Kills gesnackt. Gebaitet ja fast schon, er hat das ganze Team als Bait benutzt, so ungefähr. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Einfach unabgesprochen auch, einfach so. Jetzt überlegt mal, dieser Jemand macht das in vier Runden, nur in vier. Dann hat er zwölf Kills. Und ihr habt wahrscheinlich in diesen vier Runden, naja, vielleicht, also einer von euch vier hat vielleicht ein oder zwei Kills geholt, aber da die Gegner halt total overpowered sind, wird man eingestampft, man hat nicht so Glück mit den Rushs und so weiter. Lirum Larum. Bei den anderen vier läuft's nicht, aber dieser Pisser steht ganz oben. Und meint dann noch, er wäre irgendwie spielentscheidend gewesen. Dabei hatten die Kills keine Bedeutung. Der finanzielle Schaden war lächerlich, weil die Gegner eh komplett reich sind. Der psychische Schaden, also dass die Cities sagen, oh mein Gott, der hat uns ganz schön gebeutelt. Ich glaube, wir können nächste Runde nicht mehr so stark spielen wie gerade eben, weil der uns gekillt hat, ist gleich null, weil sie ja eh die ganze Zeit gewinnen. Und auch nach wie vor jedes Spiel gewinnen. Sie verlieren halt zwei, drei Leute. Aber es ist sowas von scheißegal. Diese Kills sind wertlos für das Spiel und vor allem für dein eigenes Team. Und man muss sowas erkennen. Man kann sowas absprechen. Man kann sagen, hey Leute, wir spielen die Runde langsam, wir gehen auf irgendeinen Fake, wir gucken, dass wir die Rotierenden killen oder das komplett mit einbeziehen, dass man sagt, wir rushen dahin und du bleibst aber da oder ihr zwei geht hier lang und holt dann die, die von hinten kommen und deckt uns dann von hinten ab, dass wir gemütlich blenden können und so weiter und so fort. Sowas irgendwie. Aber so eine Scheiße zu machen und dann noch zu meinen, man wäre gut, das ist wirklich ganz starker Tobak. Und es gibt einfach Leute, die sehen das nicht. Wenn du denen sowas erzählst, beziehungsweise du erzählst denen, dass du ein ganz beschissenes Spiel hattest mit irgendeinem Bastard und die fragen, ja, wer war der Bastard? Man sagt der und der und dann sagen die, ich habe ja die Wiederholung angesehen und ich habe gesehen, der war doch ganz oben im Scoreboard, der kann doch nicht so schlecht gewesen sein. Oh doch! Jetzt einfach anderes Beispiel. Ihr baut eine Fünfer-Taktik auf und zieht die durch. Zum Beispiel ein Stack. Als Sieg, die ist nur mit Pistols bewaffnet auf A. Und die Tears kommen genau da drauf gerusht. Ihr nutzt vor euch hin, ihr könnt einige geile Shots landen, aber es läuft darauf hinaus, dass einer von euch übrig bleibt und zwei Gegner. Einer von den Gegnern ist ultra low HP, meinetwegen noch 3 HP und der andere hat noch 100. Und euer Mate holt diesen Klatsch und killt beide und holt euch so die Runde. Was ist jetzt wertvoller? Diese drei verschissenen Kack-Kills, die dieser Hurenbock am Schluss gemacht hat? Ich denke, man hört meine Saltiness ganz leicht raus. Oder diese zwei, beziehungsweise eineinhalb Kills, weil der andere ja praktisch schon tot war, die der letzte Mate gemacht hat. Bei einer gemeinsamen Taktik. Was ist wohl wertvoller? Ich denke, wir alle wissen, dass diese zwei Kills so viel wert sind wie 30 oder 40 von diesen wertlosen Scheißdingern. Natürlich gibt es eine riesige Spanne zwischen diesen wertvollen und unwertvollen Kills. Mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Werten. Das darf man nicht vergessen. Oftmals ist es zum Beispiel auch so, dass es Leute gibt, die Entry-Frags machen. Die also zum Beispiel als T irgendwo reinrennen, die ganzen Gegner sichten und ein oder vielleicht sogar zwei Kills holen und dann sterben. Solche Leute sind meistens eher weiter unten angesiedelt, weil sie eben der Entry sind. Sie rennen rein und klären die Lage ab, damit das Team dann den Rest machen kann. Das sind extrem wertvolle und wichtige Kills und auch Informationen, die dann dabei rumkommen. So, jemand steht aber meistens halt nicht ganz oben, weil dann, die danach kommen, den Vorteil haben, okay, der eine ist low, der andere ist half HP, da oben steht einer, der hat auf Catwalk noch einen gecallt, hier, da und dort und bla bla bla. Und so kann man dann richtig reinreißen. Und vor allem, wenn man am Anfang der Runde stirbt, also man rennt meinetwegen rein und macht halt nur einen Kill und fragt jemanden an, dann ist schlicht und einfach die Chance ja nicht mehr vorhanden, noch weitere Kills zu machen. Das restliche Team kann dann beim weiteren Reingehen Kills machen, die können beim zum Beispiel Bombe verteidigen Kills machen und auch beim Wegrennen von der Bombe vielleicht jemanden abfangen und Kills machen. Und damit wir uns da nicht falsch verstehen, solche Abfang-Kills sind nicht grundsätzlich irgendwie schlecht. Es ist sehr, sehr nice, die Leute haben am Ende dann auch noch zu nutzen, dass die nächste Runde gar nichts haben. Es gibt einfach eine Unterschiede zwischen Standardrunden, jawohl, geil, wir haben den Schaden zugefügt, also finanziell, sowie auch vielleicht so ein bisschen die Psyche eingeknickt. Und zwischen, oh, die Gegner führen gerade 9-0 und wir versuchen mal alle zusammen was. Und einer sagt sich, nö, ich nutze euch einfach als Bait und hole mir dann noch 2-3 Kills. Das ist ein enormer Unterschied, ja. Mit diesem Wissen sollten jetzt Top-Fragger und Bottom-Fragger auch in ein ganz anderes Licht rücken. Genauso wie ein Top-Fragger spielentscheidend sein kann, also auf das gesamte Spiel bezogen, kann ein Bottom-Fragger, zum Beispiel ein Entry-Fragger spielentscheidend gewesen sein. Spielentscheidender als der Top-Fragger, obwohl der Entry-Fragger vielleicht ganz unten steht. Ich denke, das waren jetzt einige gute Beispiele, um zu veranschaulichen, wie der Wert von Kills unterschieden werden kann. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten, wie jetzt zum Beispiel schlicht und ergreifend der Fakt, dass ein Diffuse deutlich wertvoller als Kills sein kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Ninja macht gegen 5 Tees und du gehst hin und defust, dann ist die Runde gewonnen. So ein Diffuse ist schon sehr mächtig. Natürlich, wenn die Gegner tot sind und dann defust man ja auch einfach nur noch, um die Punkte zu bekommen, dann verliert das auch so ein bisschen an Wert. Aber wenn man eben hingeht und es sind zum Beispiel noch zwei Tees übrig und dann durchdefust, dann ist die Runde gewonnen. Es ist ja auch das Objective, zu defusen und oder beziehungsweise den Spot zu sprengen. Das geht über die Kills hinaus, weil die Runde ja dann gewonnen ist, wenn man defust oder beziehungsweise der Spot gesprengt wird. Das ist wichtiger als die Kills selbst. Die Kills sind das Mittel zum Zweck, also die Kills sorgen dafür, dass man das Objective durchsetzen kann. Wenn nur noch ein CT da ist, dann ist es für die 5 Tees ziemlich einfach zu planten und die Bombe zu beschützen. Zumal der CT ja wahrscheinlich, wenn er eine gute Waffe hat, wegrennt und saved. Umgekehrt das gleiche in grün. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass diese Bombenpunkte mit reingerechnet werden. Ich hatte schon Spiele, da hatte ich einen Unterschied von 10 bis 15 Kills zum Zweiten. Und zwar hatte ich diese Kills weniger als der Zweite und ich war trotzdem Erster, weil ich ständig die Bombe zugeworfen bekommen habe. Am Anfang habe ich es gar nicht gerafft, dann dachte ich irgendwann, warum habe ich eigentlich andauernd die Bombe. Das war ein Spiel auf Inferno. Da sind wir ständig auf B gerusht, haben Ultra die geilen Kills geholt und dann habe ich jedes Mal geplantet. Immer und immer wieder. Ich dachte, was ist hier los, Leute, ey? Vielen Dank für die ganzen Punkte. Und da waren mindestens drei oder vier Runden dabei, wo wir nur wegen dem Bombenplant gewonnen hatten. Weil die Bombe entweder halt hochgeht und die Runde beendet, oder aber die Bombe ja diesen Druck auf die Cities ausübt, ranzukommen. Die können dich nicht einfach aushungern, wie es umgekehrt wäre. Nehmen wir jetzt mal an, es gäbe eine Map, auf der es nur einen Spot gibt. Nur einen Spot zum Planten. Da würden sich ja dann alle Cities draufstellen und warten, bis die Tees kommen. Da würden sicherlich einige Spiele so ablaufen, dass die Tees verlieren, weil die Zeit abläuft. Weil sie nicht draufkommen, weil sie sich nicht drauf trauen, weil sie die Cities nicht killen können und so weiter und so fort. Umgekehrt, also nehmen wir mal an, die Tees würden auf diesem Spot spawnen und die Bombe direkt legen. Hätten die Cities wahrscheinlich eine ziemlich schwere Zeit, das da grundsätzlich einzunehmen. Da es so eine Map aber nicht gibt, also zumindest im offiziellen Pool, muss man als Tee die Bombe legen, um diesen Vorteil zu erhalten, campen zu können und die Cities rankommen lassen zu müssen. Man muss es nicht, aber man sollte es natürlich. Weil die Cities dann im Nachteil sind. Sie müssen nachrücken, sie müssen kommen, sie müssen sogar irgendwann sehr schnell anstapfen, weil sie sonst nicht mehr defusen können und die Runde verlieren. Auch wenn sie alle Tees killen, das ist dann völlig egal. Die Runde ist trotzdem verloren. Auch wieder ein Punkt, wo man merkt, dass die Kills nicht immer entscheidend sind, sondern eher ein Mittel zum Zweck sind, das Objective zu erfüllen und dann zu gewinnen. Dieser Podcast war jetzt etwas umfangreicher, weil es eben erstmal diese Vorarbeit gab mit den Kills an sich und dann diese Fallbeispiele bezüglich Topfrager, Bottomfrager und auch gleichzeitig das Verhalten, worüber man eigentlich ein eigenes Video machen kann. Aber ich dachte mir, hey, ich will jetzt nicht so einen ultrakurzen Podcast machen müssen, extra dafür, für dieses, Leute, hört auf, die Bottomfrager fertig zu machen und fühlt euch als Topfrager nicht wie der Larry. Ich denke, das sind ganz gute abschließende Worte. Ich muss zugeben, ich hätte mir dieses Mal wieder kein verschissenes Skript geschrieben. Ich wollte mir eigentlich jetzt ein Skript schreiben. Ich hatte die letzten paar Podcasts immer wieder so Punkte, bei denen ich dann im Nachhinein dachte, die hätte ich doch hinzufügen sollen. Aber weil sie nicht aufgeschrieben waren, wusste ich es halt einfach nicht in der Aufnahme. Ein bisschen dumm, aber so spielt das Leben, nicht wahr? Natürlich interessiert es mich wieder brennt, wie ihr dazu steht, was ihr dazu sagt, ob jetzt einige sogar sagen, was laberst du überhaupt? Kills sind so wichtig und sowas. Du musst Kills machen, sonst du nicht gut spielen tut. Oder ob ihr sagt, ja klar, wusste ich das. Das ist das dickste Neue ist doch, was du erzählst. Schreibt in die Kommentare. Krass, ich bin wie so ein großer YouTuber. Schreibt in die Kommentare. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.